ok wie sieht sie aus 500 ach du scheisse ok hier gibt es viele schätze sehr viele keine chance ok der macht das locker runter alles klar tja aber eigentlich könnten sie uns auch genauso gut aufhalten wenn sie es einfach nur oben lassen und dann kämen wir schon nicht durch und dann wäre das spiel auch vorbei und sie hätten gewonnen aber das wäre auch wieder so schlau deswegen machen die das nicht ok eldrid ja kein problem kommt währenddessen die tasse auffüllen ist auch gut dass du deinen zweck erfüllt so gute nacht was wird alles mir schön so viele schätze da ist einer so ganz glück hat keiner getroffen da hatten wir glück alles klar gute nacht gute nacht so ja die haben keine chance vor denen aber keine angst und vor dir auch nirgt mit einer komischen rüstung so okay wieder level ab schön hat sein leben ein leben leben ab so ein level mit war ja was hast du denn hier so schnauze tschüss keine chance nach hause jetzt schon ja nicht wir haben hier noch so viel zu tun da vorne ist auch noch etwas und da alles klar und wer bist du schon wieder sender gut gemacht spyro wenn du so weitermachst kennst du bald alle tricks der welt der magischen künstler na hoffentlich dann bin ich hier der meister der meister aller künstler okay wir haben da vorne noch so einiges und so wie sause kommen wir da nur woanders hin von woanders oder vielleicht von hier mal schauen was wir hier so haben nö schlaf weiter schlaf weiter schlaf weiter so jay dankeschön okay die haben nur das bewacht alles klar gut das hätten wir na schön dann hätten wir hier alles außer außer dass da vorne ok auf einmal das klappt das muss klappen ok es klappt schön na warte dich erwische du lass mich aus ich glaube es hackt komm ran hier du eier dieb komm ran soja nächste runde na los wir machen das gleich habe ich dich eingeholt gib der sei zurück verdammt ist er schnell Mist da hast du Glück gehabt ganz knapp verfehlt 1mm aber gleich habe ich dich gleich habe ich dich hier so da hast du ja aber das war nur eins alles klar die Calvin ach was keine sorge ich kümmere mich um sie ok alle eier gefunden alle drachen gefunden wie jetzt also hier an diesem level ich dachte jetzt allgemein weil der auch allgemein gesprochen hat ok aber schauen was wir damit machen können gut dann fehlen nur noch das hier ich dachte hier wäre noch einer mit einem ei der das geklaut hat ok ok wo sind wir hier sind wir hier da wo ich vermute nein ich schätze nicht ich schätze wir sind nicht da ist woanders ok hm na schön na stimmt das ist noch stimmt ah das hätte ein bisschen übel nicht erwischen bitte nein ok es hat mich erwischt verdammt ok damit hätte ich rechnen sollen damit hätte ich rechnen sollen verdammter Mist verdammter Mist ok warte da machen wir es anders so schön vorsichtig gut obendreier obenauf was ok was auch immer alles ist obenauf oder mein gehirn ist auch obenauf stimmt ok da fehlen noch so einige hm ich hoffe aber da ist nichts runter gefallen ok das wäre sonst nicht so schön und hier war sonst nichts mehr ähm hm 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 ok dann wäre nur noch das da vorne äh wie kommen wir da zurück wie kommen wir da zurück wie kommen wir da zurück da am Anfang ist noch etwas ok alles klar kam einfach so hoch obwohl hier niemand ist alles klar hm hm jetzt sind wir hier wieder ok irgendwo hier müssen wir da vorne hin können zu diesen Typen da da müssen wir hin hm ok gut ich weiß schon wo aber was ich erst jetzt wieder am besten von hier aber habe ich erst jetzt wieder gesehen immer mal viel zu spät aber egal so nein du bleibst da und du komm ran da hast du der Kampf ist vorbei wir haben gewonnen da brach das hier aus sieht gerade nicht so aus als würde es ausreichen was war da noch einer was war das denn was war das denn was habe ich da weggekickt was war das komm ladebildschirm geh weg was war das was war das ok jetzt bin ich sauer was habe ich da runter gestoßen und hat sich nicht vorher gemeldet wer war das ich glaube es hakt ich glaube es hakt na wartet jetzt gibt es aber Krieg toll der dritte hat sich nicht gemeldet dieser Sack na ist nicht nett und das wird übel die drei pfeifen denen langweilig ist so jetzt ist Schluss genug jetzt dann reicht das aus es reicht aus ok wir können nach hause gehen perfekt perfekt alles klar wir haben alles das nächste level haben wir abgeschlossen das nein nein verdammt so viele leben verloren auch wenn ich persönlich kein leben mehr habe aber egal wir haben trotzdem welche verloren und das ist tragisch so und ich wollte nur nach hause gehen ich wollte doch nur nach hause gehen und dann die drei und dann die drei Humble Männer bleiben da die drei pfeifen die können ruhig weitermachen wenn denen so langweilig ist so ok hätten wir das dann fällt nur noch eine Suche und das war's dann die 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 ich glaube das nächste fähigtheitspunkt ist in einer anderen Welt in einem anderen Schloss dann müssen wir woanders hin Gleich mal schauen, wie das heisst. Damit wir schon Bescheid wissen und hoffentlich nicht vergessen. Also ich. Hochlanddorf. Alles klar. Kein elektrischer Bodenschaden. Was auch immer. Also witzig. Tja, was macht ihr hier so? Was schaut ihr mich hier an? Weg mit euch. Tschüss. Ok, wie viel, was fehlt hier noch? Ein Zehner. Hm. Ok, wo könnte das sein? Wo könnte das sein? Da war ja das hier. Hier war das andere Level. Hm. Oder haben wir vielleicht einen Gegner nicht besiegt? Könnte auch das sein. Oder vielleicht da oben? Ja, was auch immer. Du hast eh nix. Also warum läufst du weg? Da oben. Hoffentlich mal da oben ist nix. Ne, da ist nix. Alles klar, der hat nix. Wo könnte das sein? Er hat das Maul. Vergesst muss irgendwo hier sein. Muss ich die vielleicht auch besiegen hier. So. Nein, das machst du nix. So. Da werde ich aggressiv, wenn die zuhauen wollen. Da werde ich richtig aggressiv. So. Wenn andere auch aggressiv sind. Das ist vielleicht hier oben. Da muss ich von da oben nachschauen. Den habe ich auch schon besiegt. Da ist auch nix. Und du hast überlebt. Das hast du mir richtig gezeigt. Richtig toll. Hm. Wo kann das sein? Hm. Du, 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 du. Hier ist nix. Da auf dem Bogen ist auch nix. Okay, gehen wir auch nicht hin. Alles klar. Dann, super Ladung. Damit wir hier durchkommen. Ho. Schön platt gemacht. Und tschüss. Okay, wo könnte das sein? Hm. Wo könnte das sein? Hier ist auch nix. Tja. Wahrscheinlich wird Superlautung noch irgendwo hin. Irgendwo hier. Tja. Müssen wir aber schauen, wo. Da müssen wir schauen. Hm. Okay. Der war alleine. Äh. Tja. Aber wo könnte das sein? Da drüben ist nix. Schlüssel. Oh, habe ich das nicht mit? Okay. Das heißt, das hier fehlt noch die Truhe. Stimmt. Was würde passen zu einem Zehner? Aber das ist die Frage. Wo ist denn der? Wo ist der denn? Hm. Ich glaube, den habe ich hier nirgends gesehen. Die Truhe habe ich nirgends gesehen. Okay, oder habe ich das eingesammelt? Weiß ich gar nicht mehr. Das habe ich leider vergessen, falls wir das schon haben. Oder was vielleicht hier? War das vielleicht hier bei diesem Typen da, wenn er das aufmacht? Dass wir dann von so da nach oben gehen können. Aber das wäre mies. Das könnten wir dann sehr leicht verbauen. Tja, ansonsten. Keine Ahnung, wo hier was ist. Was könnten wir denn hier übersehen haben? Hm. 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 Na, verdammt. Du, 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 du. Hm. Hm, 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 hm. Ähm. Ah Mist. Ja, Doppelmist. Hm. Ach, okay. Alles klar. Habe es gesehen. Gut, wir haben es. Alles klar. So. Habe gerade wegen dem Schlüsselverzehr gezweifelt. So. Hätte auch sein können, dass der immer wieder kommt, aber das wäre nicht so fair vom Spiel. Aber gut, hat es geklärt. Oh Gott. So. Die dritte Welt erfolgreich abgeschlossen. Es ist auch nicht verschadet, dass es so schnell geht. So. Aber naja, was soll man machen? Ich bin halt so gut. Ah. Geht nicht anders. Dass du so viele Dracheneier zurückgebracht hast, Spyro. Kein Problem. Dafür bin ich da. Steig ein, wenn du bereit für die Monstermacherwelt bist. Monstermacher? Was? Was? Oh, das wird Dübel. Jetzt kommt Resident Evil. Alles klar. Okay, die vierte Welt.